Ja, und so haben wir jetzt ein recht herziger Salon zu Battlefield! Eins! Ja! Das Niemandsland war ein Labyrinth aus Stacheldraht, Leichen und Trümmern. Aber ich hielt wild entschlossen meinen Kurs. Genau! Weiter geht's hier! Wir sind hier bei den deutschen, ähm... Stellungen rausgekommen und müssen jetzt... ...zurück zu unseren Stellungen finden, hier im Niemandsland ein bisschen. Aber ich schieße keine MG auf uns oder so. Die Richtung stimmt, genau, Richtung Mond. Ist das richtig über unser Flieger oder so? Haben wir etwas aus dem Absturz überstanden, das ich gebrauchen konnte? Oh! Wir sind hier nie mehr ins Land, wir müssen los! Sofort! Ich komm nicht hoch! Scheiße! Hey! Hey! Tut mir leid! Aber du wolltest mich in einen Schritt zurückbringen! Jetzt sei doch leise! Und die Orden? Wir wollten Held sein! Ich bin kein Held! Aber du hast mir dein Wort gegeben! Dein verdammtes Wort! Entweder du bist ein anständiger Kerl und hilfst mir! Oder du bist ein... Verlogener Wasser! Der mich verdammt nochmal... Erlöst! Du hast... Ah! Du hast mir gefällt mir! Oh! Okay. Wir gehen weg! Oh! 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 So, ich bin kaputt! Los geht's! Der Junge hatte viel Blut verloren. Ich hatte nur wenig Zeit, den Leben zurückzubringen. Allmächtiger. Jerry Stoßtropfen. Die Deutschen sind nicht dafür bekannt, dass sie aufgeben. Die Taten alles, um uns zu reden. So, sind wir schon da, oder? Nee, eigentlich nicht, oder? Hä? Wo müssen wir hin? Könnte das stimmen? Ich weiß nicht. Ich sehe irgendwo Scheinwerfer da drüben. Oh, da oben. Achso, das sind unsere Linien, genau. Ich habe doch nach links geleuchtet. Komm, hier bitte am Rand entlang. Komm, 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 komm. Ah, fuck, da kommen wir nicht drauf. Warten möchte ich da wieder nach links. Ein bisschen leuchtet, oder? Jetzt ist es gerade gut umgünstig, wenn wir da noch vorgehen. Dein Geschütz, oder wie? Ich glaube, jetzt leuchtet er wieder nach... Ah, jetzt geht er weiter nach rechts rüber. Von ihm aus gesehen. Wir gehen mal hier runter. Wir haben es geschafft. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt habe ich die Maus noch nicht ausgestellt bei mir. Diese Anzeige, dass ich es zu... Da ist er. Gott sei Dank. Ja, mache ich jetzt nach der Aufnahme sofort das Ausstellen. Versprochen. Wilson hat mich einen verlogenen, nichtsnutzigen Mistkerl genannt. Ich habe ihn gerettet, weil er wahrscheinlich recht hat. Und diesen Umstand hasse ich mehr als alles andere. Nein, er ist nichts dergleichen. Er ist ein Betrüger, ein Dieb und ein Lügner. Und er wird für seine Verbrechen bezahlen. Das wirst du blick machen. Das wirst du blick machen. Geht wieder heim, was? Ich sag für dich aus, Hörster. Vor dem Kriegsgericht. Das könnte vielleicht helfen. Aber... Danke. So, wir willst du mich brauchen, einen Schützen? Hier drüben. Ich mach's. Rekom, lass mich helfen. Du verdienst es nicht zu fliegen. Rekom! Wilson! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben. Na komm. Wir ziehen das durch. So, jetzt fliegen wir wieder, oder wie? Jawoll. Oh, geil. Hinten, rot, weiß, rot, lackiert hinten. Jetzt dreht der ab. Na gut, was soll der sonst machen? Zerstöre feindlichen Jäger. Alles klar, machen wir. Okay, wir drehen ab. So, jetzt haben wir noch nichts getroffen. Jetzt haben wir zumindest mal gehittet. Ich will immer anders mit Steak. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, oh. Kaut ihr rippert, oder? Perfekt Wow Ja, Zusammenstöße Gab's wahrscheinlich in echt Komm, 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 komm Im ersten Weg ist sicher auch Den einen oder anderen Ich weiß nicht, wie viele Flieger auf einmal In einer Schlacht waren Könnte ich mir vorstellen Dass einmal den einen oder anderen Den eigenen getroffen hat Boah, ungewohnt natürlich Sicherlich auch möglich Und die Waffe haben ja auch nicht immer funktioniert Was man so in den Alten Filmen so oft gesehen hat Gab's auch oft Ladehemmungen Und, und, und Das war natürlich dann besonders bitter Aber da muss man im Prinzip fast dann umdrehen und heimpflegen Weil ohne Bewaffnung Ich weiß nicht, inwiefern man das dann wieder Reperieren konnte Vielleicht sogar Ja, passt Den haben wir auch down Oh Den hat er uns abgeschossen. Jawoll. Sehr geil. Noch einer noch. Da hätten wir das mal. Wo ist er? Ah, da unten. Er fliegt da hin. Ja. Oh, ich sehe nichts. Oh, das ist er. Der racht schon so. Das war verdammt gute Flucht. Sehr geil. Im Ersten Weltkrieg sind die Deutschen schon überlandet gewesen. Im Zweiten Weltkrieg weiß ich das, aber im Ersten auch. Was ist das Ziel? Konzentrier dich darauf. Ich gebe Vollgas und gehe in den Sturzflug, damit ihre Schützen uns nicht erwischen. Festhalten! Was ist so? Oh, das warstr magnesium. Oh, fuck. Achso, nur die, die markiert sind, müssen wir angreifen, oder wie? Nein, oder? Die ganze Staffel zeigt uns da an. So, kurz reparieren wieder. Passt. Wir umkreisen. Oh, fuck. Oh, fuck. Moment mal. Raketen, yes. Oh, fuck. 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 Yuk. Oh, fuck. Da muss ich nochmal nachforschen, ob das wirklich einen Angriff gab, im ersten Weltkrieg schon auf London? So genau kenn ich mich jetzt nicht aus, aber... Vielleicht ist mir da etwas entgangen, oder haben die das nur da eingebaut? Ich weiß nicht, ob das jetzt realistisch ist. Oh, flack, 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 flack! Dann können uns die Flacks nicht holen! Wir drehen rein! Zu nah! Zu nah! Das war knapp! Das ganze Ding könnte hochgehen, wie ein Feuerwerk! Neuer Angriff! Boah, uh, da hat er wieder reingeflogen, glaube ich! Wir werden uns mal auf den einen konzentrieren, würde ich sagen! Ah, aber noch zu hoch? Fuck! Ah, vor lauter Rauch habe ich jetzt den Ballon nicht gesehen! Zeppelin! Neuer Anlauf! Aufpassen! So, einmal noch kurz! Wo willst du denn jetzt? Zurück in den Kampf! Ja! Ja, ich nehme Anlauf! So, der ist down! Flugaufwäge schützt! Festhalten! Wo willst du denn hin? Na los, Fels! Komm nach! Ha, ha! Okay! Wenn ich sterbe, dann sterbe ich dort oben! Du und dein großes Mundwerk, Blackburn! Okay! Okay! Bist du okay? Hol mir uns die Flagge! Okay! Ich gebe dir Deckung! Okay! Ich glaube, du gehst zu Fuß weiter! Maus und Tastatur in der Hand! Okay! Wir müssen da rauf! Wobei! Ja! Ja! Ich kann mit Scholl ins Bett auch gehen! Aber nein! Maus und Tastatur zu Fuß! Hol mir uns die Flagge! Ja! Machen wir! Wie ist denn mal die Aussicht hier? Okay! Viel sieht man nicht! Woah! Oh! 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 Okay! Da war noch was dabei! Nein! Nur die Pistole! Und... 30 Schuss! Ich will übernehmen die Flagge! Ich will nicht drüber runterfallen! Haben wir ein Messer mit? Ja! Ja! Nicht, dass du uns von hinten überfällst! Hast du das?! Jo! Oh da haut alle mal drinnen raus! Wo müssen wir hin? Ah da Weiß ich nicht Sicherungskasten Und aus Was ist, wo treibt es mich hin? Ach so, das ist der Mein Joypad, das hat ein bisschen einen Hänger Warum hat sowas einen Singleplayer nicht gegeben Bei Star Wars Battlefront? Das wäre doch Extrem geil gewesen, oder? Okay, schauen wir mal rein Was haben wir da drin? Oh geil Oh geil, Freunde Yes, yes, yes Brauchen wir das jetzt, oder wie? Oh, nicht da runter Irgendwas einmal in Tegung In Tegung So, ich hoffe, ich könnte es einmal versuchen Auch, ich will gleich einmal das Ganze jetzt versuchen Auch hier ohne Bajonett Ob da der Rückstoß Wie da der Rückstoß ist Geht eigentlich Ist ein bisschen angenehmer, glaube ich Ist doch das Gleiche, oder? Was soll ich da nehmen? So, ich bin am richtigen Weg Vorher ist die Flak, oder? Jawohl Ist ja zufällig irgendwie wieder irgendwas Ja, diese Bücher, oder was? Kann man, wenn man alleine spielt Und man Zeit hat Kann man alles absuchen, im Prinzip Okay Zur Flak Oh, nicht die Ärger dann abschießen Oh, ich bin ein Blackman Ich bin ein Willow Ein Spieler Und ein Protenter Kerl Ich bin ein Protenter Kerl Ich bin ein Protenter Kerl Protenter Kerl Ich bin ein Das geht auch für dich, du großer Mistkerl Komm, rutsch Komm, rutsch Oh, ich bin ein Du so, ich bin ein Zeppelin hier Zutarn Oh, da stößt du ab Wahnsinn Oh, fuck Oh, oh, oh Oh Achso Aha Ich glaube, ich soll auf ihn schießen Wäre auch ein bisschen brutal gewesen So Kim Jong Wie heißt der? Un Von Nordkorea Der, literally Ist ja irgendeinen Onkel Oder einen General Mit einer Flak, glaube ich Zumindest habe ich es geschrieben Töten Hinrichten Nur so ein Typ Kann auch so kranke Ideen kommen Kann auch so kranke Ideen kommen Aber der Deutsche schmücken wir uns auch ab da, oder wie? Und das ist meine Geschichte Ein Egoist, der sein Leben riskiert, um einen anderen zu retten Und der dadurch selbst gerettet wird Aber im Krieg gibt's viele Verwechslungen und damit wahrscheinlich auch andere Versionen Ein abtrünniger Pilot, der im Flugzeug stiehlt, seinen Kameraden tötet Sich durch Luke und Trug durch die halbe Westfront mordet Nur um im Chaos eines Luftangriffs dem Kriegsgericht zu entgehen Aber das ist alles Unsinn Meine Version ist die Wahrheit Sonst würde ich sie doch nicht erzählen Ja Freunde, ich hab zwar jetzt nicht gestoppt, aber ich glaub das dürfte schon ungefähr passen Meine 10 Punkte Für was auch immer Ja, Stopo wieder mal vergessen Naja, egal Wir haben's auf jeden Fall geschafft Testflug Totaler Krieg Absturz Und das letzte Wunderbar Somit darf ich mich bedanken und wir machen das nächste Mal weiter mit Amanti Savoia Ja, wo ich leider dann mit den Italienern mehr oder weniger dann gegen die Österreicher Eieieieiei Da gegen mich selber kämpfen muss im Prinzip Aber ist ja noch ein Spiel, werden wir schon hinkriegen Wir schauen uns die Story an Ja, die war jetzt auch ganz nice Alles Ja, so Kurzgeschichten ist auch ganz nett Oder Würde ich lieber Lieber Eine komplette Story Komplett durch Oder zumindest Zwei Etwas Zwei Stories Aber die dafür ein bisschen Ausgiebiger Oder findet ihr diese Kurz-Stories auch okay Obwohl das werden wir vielleicht dann erst Ganz zum Schluss vielleicht diskutieren Auf die bin ich auch schon gespannt Ja So ein bisschen sneaky-ticky, oder? Er wird ein bisschen Ja, das wird auch immer alles ein bisschen mit Schleichen sein So ähnlich Schätze ich jetzt mal Nein, da wüsste Das ist sicher auch ganz geil Hier dann In den Alpen DLC-mäßig habe ich gehört Sollen Ich weiß nicht, ob Story-mäßig dann auch Weiter Geht Beim Platz wäre dann auch hier auf der Karte Oder sonst machen sie einfach noch ein zweites Blatt da auf Dass auf jeden Fall die Russen glaube ich kommen sollen DLC-mäßig Ich weiß auch nicht, ob das jetzt nur Multiplayer ist oder so Dass da eine Map gibt und so Aber auch die Franzosen natürlich Die eine große Rolle hatten Das werden sie sich natürlich für die ganzen DLCs aufbehalten Ich habe noch nicht gehört, ob es eben Story-mäßig da weitergeht auch Mit den DLCs oder ob das rein nur für die Multiplayer dann ist Das kann ich leider nicht sagen Aber das werden wir dann sehen Falls es dann wirklich noch was gibt Werden wir dann auch weiterspielen So, wir sehen So lang dauert das jetzt nicht mehr Ich schätze mal Wir werden es vielleicht Sogar unter 20 Bart Sollten wir vielleicht sogar hinkommen und das Ganze schaffen Theoretisch Meine Vermutung Schätzung 17 bis 18 Bart Würde ich mal jetzt so Grob sagen Können sich vielleicht ausgehen Ja, in diesem Sinne Herzlichen Dank Das war die Der zweite Kampagnenabschnitt Nach dem Dorian Nach dem ersten mit dem Panzer Und hier jetzt mit dem Flieger Und jetzt dann in den Alpen Mit so einem Ich glaube Relativ schwer gepanzerten Im G-Typen Die Special Klasse Da beim Multiplayer Und Ja, ich bedanke mich Sag tschau Bis zum Nächsten Mal Wo es dann im dritten Kapitel Weiter geht Tschau tschau